Ich will nichts mehr hören von euch, sonst fliegt er raus. Ihr seid ja unten. Wir können gerne jemanden fragen, wer war mit unten in dem Aufenthalt drauf. Mit euch rede ich gar nicht mehr. Ihr seid für mich heute eine Null. Nein, das können Sie nicht machen. Doch, nein. Dann gehen wir zum Stuhleiter. Ja, das können wir machen. Ja, aber ich habe ja nichts gemacht. Dann gehe ich aber auch mit. Ich gehe nämlich so hin. Ich werde das nämlich so sagen. Die Fünftlässer sind Zeugen. Die haben euch sogar gesehen. Ja, der Fünftlässer hat auch. Alter, Maul! So. So. Das war's. So. Vielen Dank.